Was ist das? Hallo Leute, ich war mal kurz für zwei Wochen weg, aber jetzt bin ich wieder da. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Max. Hi Max. Wir lieben dich. Mehr lieben dich. Du bist der Beste. Warum wird es was angeboten? Es ist so frech. Ich fand es nicht. Also wenn er das in Auftrag gegeben hat. Ich hoffe, der musste richtig dafür blechen, Alter. Was schaue ich mich hier an? Was passiert mit dem Internet? Ich komme da nicht mehr mit. Finde es gut, dass du damit es nicht eintönig wird, so oft für uns im Nether sterben wirst. Bro, shut the fuck up. Ich werde heute nicht ein einziges Mal im Nether sterben. Ihr könnt mir überhaupt nichts. Und da steht immer eine Reise. Wirklich ziel. Ja, wegschwöln. Oh, oh, ey. What the fuck? Er hat mich auch davor die ganze Zeit so gewohnt. Weiß ich nicht, mein Freund. Komm. Mama. Wie sich das angehört hat, eigentlich hätte er danach so Musik, äh, Motormusik abgeschickt werden müssen. Der ist am Arsch, Digga. Mein Arsch brennt wie Scheiße. Ich habe noch ein Standbild von vor zwei Stunden. Warte mal, wenn ich jetzt Play mache, bin ich gespannt, was dann passiert. Warte, was? Ja, moin. Habe ich auch noch nie gehabt. Jungs. Ja, bitte? Ja. Das ist mir auch nie passiert. Und Isa. Ich habe eine Festung gefunden. Ein paar Augen auf Höhe 15? Ja. Hey, Mom. Ich bin von der Schule wieder da. So wie du aussiehst, solltest du auf jeden Fall nochmal nachsitzen. Mom. Was soll das? Wir haben gesagt, wir lassen diese Witze. Ja, ich habe auch zu deinem Vater gesagt, er soll verhüten. Safe einschaltet und es ist eine 99% Chance, dass sie gerade für 20 Sekunden nichts sagen. Und es ist einmal Wieland und das andere ist Chef Strobel. Ist Chef Strobel gerade live? Ein bisschen kurz sehr weit, sehr weit runter scrollen. Okay, Spaß. Ah ja, hier. Okay, pass auf. Ich wette, er sagt gerade nichts. Hey, Bro, he's right at outside already. Okay, never mind. Oh mein Gott, Romantra, wegen der haben wir das Game verloren. Wir haben hier einmal eine Pute. Siehst du es? Guckst du? Guckst du? Okay, jetzt nimm's zurück. Ja, roll doch zu der Ehre meiner Mutter. SOS, Affenalarm, zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen offen drauf, wenn sie fallen, ist es aus. Ich, weiblich 13, beeinflusst dich. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ach so. Nee. Wirklich, ich bin, ich war, ich hatte das nicht extra gemacht. Ihr habt das nicht extra, ich schwöre, ich hab das, ich hab das gelesen, als ich dachte, das war meine erste Intuition. Oh mein Gott. Sorry. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.